Und dann ein hundgeschmücktes Auto von Danny Rickling, der damit signalisiert, dass er Meister geworden ist. Michael Schewe von Garzisse, aber erstmal ist es hier Annika. Annika, Scheißer ist gut zu gehen, Danny Rickling, dann Michael Fischer und wie gesagt, 10 Runden. So, und da sehen wir am Start gleich liegen geblieben, Oliver Siebenbrot, das ist natürlich bitter drüben für ihn. Er ist sofort wieder aufgewachsen. Und er hat auch die Chance, das Ding nach außen zu fahren, der Danny Rickling. Das war dann 1-4, Alter. Haha, was ist der BNB-Nast? Jawohl, froh, Weihnachtsfeind. Da drüben. Mike Koscikowski, der jetzt angreift, Mike Koscikowski, neuer Zweiter, der vierte Michael Fischer, dann Daniel Lucht. Von Tobias Brunas. Wie gesagt, Michael Schewe kommt da nicht mehr nach vorne. Da scheint er sich schon abgeschlagen zu geben. Der war eben schon einmal ganz dicht an Danny Rickling ran. Meiko Koscikowski aus Oschersleben. Sie sehen hier verdammt schnell aus. Und die geben jetzt natürlich alles letztendlich aus. Und das wäre natürlich für ihn auch ein super Erfolg. wenn er dieses Ding nach Hause fährt. Aber Tobias Halecker, mit einem hoch und schwachen Fahrzeug, ist auch noch auf Platz 3. Das ist ein gutes Zeichen für ihn. Das ist ein gutes Zeichen für den Superfinale. Das ist ein gutes Zeichen für den Superfinale. Nach dem Pech vorhin kämpft er sich jetzt den Superfinale auf Platz 3 vor. Und wie gesagt, ein Highlight haben wir ja gleich noch. Das ist unser eingebautes Obmar Johanneke. Das Ding heute nach Hause fährt. Das Fitter ist natürlich so übel. Das Fitter ist natürlich so übel. Die erste Seite ist aus. Die erste Seite ist in der Oberküttel. Aber der sitzt eben ganz dicht hinten auf. Und der ist in der Oberküttel. Und an Tobias Frohler, mit einer Stütze, den nutzt er natürlich. Und an Tobias Frohler, so schauen Sie, die erst platzierte Gipschale-Raufzeichen auch. Langsam kocht hinten schon der Ausgleichsbehälter. Die Suppe ist fast fertig. Deni Rittling, Augen bis Rücken. Das ist alles egal, die geben jetzt alles. Die wollen den Sieg haben. Auf der die Rittling. Und schau Sie, da wird der auch ein bisschen langsamer, da sieht man jetzt nämlich, der Maik ist schon einmal gegen gewesen, aber was war da? Erste Berührung, aber alles gut, der kommt wieder in die Gange. So, und ich sehe das schwarz-weiß karierte Tuch rausgeholt. Daumen, Döken im Hause Rittling. Seht ihr, das ist das Gute. Deni Rittling, gewinnt diese Superfinale. Der dritte Platz, Daniel Luch. Das machen wir noch auf den vierten und den fünften. Vierter, Tobias Halenker, der freut sich auch. Und das glaube ich auch. Halenker. Egal Bischer, Bischer und Böster. Und jetzt die Gange hoch. Scheiße, Ihre Haut auf den Kopf. Säge, die ich auch mache mit. Ich sch gladiere meinen Jungs. Ich schleiche, die ich sie auch über das. Schleisch, Gericht, schuldig davon. Egal, die ich mir wieder zum Z namespricht. Ich bin 10,13ig. Ich bin 10,13ig. Abonniert.